2. März 2005, Erzengel Michael Gott will jedem Menschen seine Liebe und Barmherzigkeit offenbaren, bevor er seine Gerechtigkeit zeigt. Es ist aber erforderlich, dass sich der Mensch als Sünder an Gott wendet und um sein Erbarmen fleht. Bittet für euch und für andere um die barmherzige Liebe Gottes. Fleht stellvertretend für alle und im Namen aller um die göttliche Barmherzigkeit. Gelobt sei Jesus Christus in Ewigkeit. Amen.